Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Ja, was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Also, was ich auf jeden Fall heute machen werde, zu Ende bringen werde, ist diese neue Waffe, die wir noch nicht haben. Die müssen wir unbedingt haben. Das war diese Keule, glaube ich. Hier, diese Keule ist eine Keule. Keule, 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 Keule. Ich glaube auch eine Keule. Wobei, das ist ein Schwert, ist keine Keule. Ja, genau. Und diese Keule hier, diese Keule, diese wunderschöne Keule, die hier, diese Keule, die können wir nur machen, wenn wir genug salzige Batzen haben. Einen haben wir, zwei muss ich noch, also einen weiteren muss ich noch machen und ich habe hier die Kiste, da könnt ihr sehen, ich habe vier Stück. Vier Stück. Und ich brauche, wie viel brauche ich nochmal? Schon wieder vergessen, ne? Ich brauche noch vier. So, deswegen werden wir jetzt diese Dinger besorgen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Äh, warte, 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 warte. Habe ich alles mit? Nein, mir fehlt zu essen. Also, schnappen wir uns das Essen. Trinken. Einmal volltanken. So, und jetzt haben wir acht, aber sehr gut. Jetzt haben wir gerade früh. So, Freunde, jetzt sause ich zum Picknick-Tisch, weil da gibt es auch Salz. Und dann nützt alles nichts, da müssen wir halt nochmal in die Sandkiste. Noch einmal in die Sandkiste, um das endlich zu Ende zu bringen, denn ich habe so ein bisschen Schiss. Das nächste Update, wie gesagt, steht ja schon in den Startlöchern. Es kann sein, dass das nächste Woche oder weiß ich nicht, jetzt bald kommt. Oder wenn ihr das hier seht, ist es schon live. Das wäre doof. Ich meine, wäre natürlich auch schön, aber irgendwie auch doof. So, da hinten seht ihr die ganzen Diamanten. Das sind die Schätze, die ich gefunden habe. Ich glaube, hier fehlt noch was und hier irgendwie und da. Hier, glaube ich, und da. Da fehlen noch welche. Muss ich mir noch angucken. Ja, das machen wir noch. So, jetzt sind wir gleich da. So, einmal hoch raus. Wunderbar. Da, da, da. Da, da, da. Und ich gucke wieder auf meine Aufnahme, ob die läuft, ne? Sehr schön. Jo, einmal Picknick Table. Ich glaube, da muss ich, muss ich dann hier, ne? Nee, Quatsch, noch höher. Das war ja von ganz oben. Picknick Table, Table. Lauf, lauf, lauf. So, wo sind wir denn? Hier. Ah, sind wir. Und da muss ich hin. So, einmal Picknick Table, bitte. Bin mega gespannt, ne? Und unsere aufgemotzte, unser aufgemotztes Großschwert. Gerade meine Lieblingswaffe hat auch einen fetten Schaden. Ist auch voll schnell. Und ist schon Level 5. Und als nächste Aufwertung brauche ich dafür Quazitbatzen. Und, ja, eine ganze Menge. Und die kann man aber prima sammeln. Und es gibt übrigens eine Stelle. Hier ist ja die Base. Und hier irgendwie, ungefähr da, nee, weiter vor, hier irgendwo, da, müsst ihr mal gucken, da ist so eine, zwischen den Steinen, da liegen ganz, ganz, oh, ein bisschen da. Aha, na gut. Ich laufe mal gleich weiter. Dann beachten die mich nicht. Jedenfalls liegen da ganz viele, da hinten liegen ganz viele, ähm, ja, Dingsbums, ne? Habe ich ja gesagt. So, jetzt holen wir uns das Salz. Mhm, da hinten sind die Wächterbienen, die einem auf den Keks gehen. Hm, lalala. Und da ist wieder irgendwas. War kein Salz. Ist aber nicht schlimm. Haben wir ein Äpfelchen. So. Jetzt bin ich gespannt, ne? Die Biene ist bestimmt auch ruckzuck kaputt damit. Jetzt gucke ich mal. Die kommt ja jetzt an. So. Da ist sie schon. Alter Schwede. Alter Futter. Das Ding ist... Na komm her. Ja, ich habe mich ein bisschen anpiksen lassen. Ist aber egal. Ist nichts passiert. So. Und das heilt auch wieder. Ich muss mal essen. Das mache ich dann auch sofort. Äh, einmal essen bitte. Zack. Ja, so. Wir brauchen Salz, ne? Das ist unsere Aufgabe. Ich finde hier ein bisschen Salz. Und falls nicht, kann man von hier dann direkt zum Sandkasten rutschen. Das machen wir dann auch. So. Da guck mal jetzt direkt mal hier drauf, ob ich da oben drauf was finde. Mal gucken. So, was kann man denn hier einmal trinken? Ein Tröpfchen Salz gibt es leider nicht. Na gut. So, lass mal gucken. Da ist der nächste. Da haben wir ein Kekschen. Hier kann man wieder schön runterfallen. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Ja, so ein blöder Keks, ne? Ist eigentlich ziemlich egal. Aber den hole ich jetzt auch. Wenn du einmal hier bist, nimmst du den auch gleich mit. Was brauche ich denn dafür nochmal? Ein Hammer, ne? Ja. Eins. Achso, wir können einmal festschlagen. Jetzt zeige ich euch mal. Du musst denn die Maus, dass du festhalten, so? Ja. Und. Ja. Ja. Okay. Kekskrümel. Ähm. Okay, kein Salz, ne? Bislang. Und vielleicht da hinten. Ich glaube, da hinten war immer Salz. Drin. Schauen wir mal. Ich glaube hier. Aber diesmal habe ich kein Glück. Ne. Apfelbrocken. Keksbrocken. Äh. Kein Salz. Na gut. Dann sausen wir gleich weiter. Dann müssen wir halt wieder Ameisenlöwen killen gehen. Dann ist das halt so. Ach ja, kann man hier auch noch ein bisschen zent. Ach guck mal, kann ich zent bauen, ne? Mach ich mal. So. Jetzt habe ich natürlich die verschwendet, aber ich glaube so ein paar. Äh. Falls ich die Wegmarkierung, habe ich noch welche? Ja, ja. Falls ich noch welche finde, ne? Ich glaube, ich speichere nochmal eben. Okay. Und los. Ah, 11.59 Uhr. Dann ist es auch schön heiß da drin. So. Na gucken wir mal. 11.59 Uhr. Ach guck mal, da. Da blinkt es. Da blinkt es. Da habe ich noch nicht alle. Können wir mal hier rüber gehen. Ist eigentlich egal, ne? Da ist ja auch Salz dran, ne? Kann auch Salz drin sein. Könnte ich mir auch suchen. Warte mal. Ich habe ja den Flieger. Dann sausen wir eben mit dem Flieger runter. Sausen wir erstmal hier rüber. Und da ist wieder so ein blöder. Oh scheiße, falsche Waffe. Nein. Zwei. Zwei. Und nochmal schlagen. Scheibenkleister. Au. Blöder. Oh Mist. Schon wieder so viel Schaden. Verdammt. Ah. Oh, viel Schaden ist gut. Ich bin ja fast, ähm... Hm. Was ist das hier eigentlich für ein Loch? Hm. Fußabdruck. Ja, jetzt habe ich natürlich auch nichts. Nichts zum Heilen mit, ne? Warte, kann ich... Heilt das? Ne, ist ein Snack. Ist nix nack. Ähm... Zang habe ich nicht bekommen. Okay. Ein Stückchen davon. Hm. Okay. Zweimal Weevil. Status. Da habe ich eigentlich alles. Schwertmeister habe ich, ne? Ich hätte blocken müssen, ne? Ich habe nicht richtig geblockt, leider. Das war dumm. Und jetzt muss ich wieder warten. Ähm... Ja. Ich glaube, ich laufe mal hinten rüber. Wie spät ist denn? 13 Uhr, ja. Macht keinen Sinn, ne? Jetzt macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Dann sterben wir sofort. Wir können ja versuchen, das bei anderen Blitzen zu finden, dass wir das wenigstens schon mal markieren können oder so. Macht aber auch nicht so viel Sinn. Da unten können wir es sehen, ne? Da ist einer. Ich kann ja mal so seitlich laufen. Können wir es vielleicht Blitzen sehen? Eine Apfelkitsche. Und die ganzen Löcher von den... Da blitzt es. Ja. Und da ist das Loch. Das Ameisenloch. Okay. Ja. Ich muss mich heilen. Da blitzt es auch. Der Effekt geht noch ein bisschen her. Ich glaube, ich gehe mal eben zurück. Das macht keinen Sinn. Wir treffen uns gleich wieder, ne? Ich tanke jetzt mal eben auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Also, bis gleich. So, Freunde. Da sind wir wieder. Gut geschlafen habe ich und gewartet und ein bisschen gebaut. Oben habe ich ein bisschen repariert. Aber ich habe mir ja überlegt, ich brauche wirklich... Den auch noch. Ich brauche dringend Smoothies. Eigentlich brauche ich Smoothies, sonst macht es nicht so viel Sinn, ne? Sonst muss ich immer so ewig warten. Aber so gut spiele ich dann auch wieder nicht. Also eigentlich, ne? Dann kriege ich einen Treffer und dann darf ich wieder warten. Das ist ein bisschen nervig. Hier kann man schon reinballern. So. Gut. Aber ist jetzt egal. Jetzt gehen wir wieder rein. Und dann suche ich mir halt die Stelle mit dem Salz, ne? Mit dem Salz für den Hals. Das muss ich unbedingt haben. Ich brauche Salz. Und leider... Ui. Das wäre beinahe in die Hose gegangen, lieber Raki. Du musst schon ein bisschen aufpassen, ne? Du alte Pflaume. So. Okay, wo ist denn das Salz? Da sind die ganzen Marker. Ich glaube, da vorne war auch noch ein Marker. Den haben wir noch nicht. Den hat man noch nicht. Ich muss blocken. Ich muss schneller blocken. Zack. Okay. Dann blocken wir diesmal. Guck mal. Ob ich das schaffe. Ob ich das diesmal schaffe. So. Hier müsste auch eine Stelle sein, wo noch kein Marker ist. Das müsste dann gleich leuchten. Da kommt die Sonne. Da ist sie schon. Dann fängt es auch wieder an zu brutzeln. Da ist ein Marker. Aber hier nicht, ne? Hier irgendwo muss die Stelle... Ups. Oh, shit. Nicht draufgedrückt wieder, ne? Das war dumm. So. Gucken wir mal, wo der Salz-Kristall ist. Da hinten war ein Marker. Aber hier nicht. Sonst gehe ich mal hier rein. Ich glaube, hier war ein Ameisenlöwe. Ne, hier ist eine Höhle. Guck mal. Die ist offen. Wieso ist die denn offen? Hier müsste ein Löwe drin sein, ne? Mal ausprobieren. Oh, da habe ich mich erschrocken, ne. So, dich habe ich. Du alter Schwede. Dich habe ich erwischt. Aber leider ist hier nichts drin, ne? Habe ich denn jetzt... Raw Science, wo denn? Hä? Ist hier was zum Sprengen, oder was? Warte mal, habe ich hier irgendwas übersehen? Äh. Kann man sich hier durchschlumpern? Nö. Wunder mich auch, dass die Höhle auf war, ne? So ein bisschen. Raw Science voll ausgeschlagen. Ich weiß aber nicht, warum. Habe ich da auch was übersehen? Ich gehe da nochmal gucken. Ich gehe da nochmal gucken. Warte mal, vielleicht mal ein Lämpchen anmachen hier. Hm. Hier schlägt er nicht so aus. Aber hier ist da eine Lücke. Kann man nicht hinter, ne? Da ist nichts. Nee. Habe ich jetzt echt gedacht, ne? Wie sieht es mit dem Effekt aus? Ah. Jetzt tickt das wieder langsam hoch, aber eben langsam. Ja, ich muss mir, glaube ich, wirklich smoothies besorgen, sonst macht es ja keinen Sinn. Wo ist denn hier Raw Science, bitte? Hier nebenan ist Raw Science. Aber wo? Es brutzelt mich. It's brutzeling. Oder ist das auch so ein... Warte mal. Eine Kiste. Na gut. Was habe ich denn jetzt geerntet? Äh, ja. Schöne Sachen. Salz leider nicht. Jetzt lauf mal hier rüber. Ist auch egal. Oder darüber erst. So. Es brutzelt, es brutzelt. Hier. Ah, hier ist Salz. Ich glaube, hier ist Salz. Zack. Ein Salzstück. Voll die Mega-Ausbau. Oh. Den lasse ich jetzt mal, ne? Schmeiß ja mal so blöd mit denen. Oh, es brutzelt mich immer noch. Hier ist Schatten. Voll die Reise, ne? Einmal entbrutzeln. Oh, hier ist auch noch was. Wie schön. Das ist schön. Äh. Schaufel habe ich. Wegmarkierung. Ich bin hier etwa vertan. Wegmarkierung. Okay, hier finde ich nix. Hä? Wieso? Wieso? War das nicht hier? Ich weiß es nicht. Okay. Ist egal. Äh. Da vorne ist nochmal eine Stelle. Hier die Stelle weiß ich noch. Ja. Ah ja. Dann klumpf. Und klumpf. Wumpft es einmal. Ich habe diesen Block. Diesen Block-Trick wieder gemacht. Hupsi. Bisschen Blocker-Trick, ne? Habt ihr gesehen? Es brutzelt mich. Okay. Ich mache mal hier hoch. Ach ja, da ist wieder so ein Freund, ne? So ein Blöder. Und hier so ein Würstchen. Auch schön. Mit einer Hacke. Habe ich eine Hacke mit? Äh, ja. Okay. Ein Würstchen. Und, äh, hä? Ach da. Mein Gott. Inventar voll toll. Ja, das Inventars voll toll. Erss ich die halt. Erss ich die. So. Ist hier noch irgendwas? Blitzelt es hier? Da, da, da. So ein bisschen im Sandkasten unterwegs sein wollte ich immer mal. Aber das, ich muss echt smoothies mitnehmen. Wahrscheinlich zu faul bin ich. Warum bist du so faul, Raki? Das ist ja schrecklich mit dir. So. Lass mal gucken. Ist hier noch was? Blitzt es hier noch ein bisschen? Nö, ne? Lalalala, im Sandkasten unterwegs, das ist doch fein. So, Freunde. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich laufe einfach in der nächsten, äh, in der nächsten Runde sozusagen weiter hier. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss. Euer Raki. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020